Dann natürlich mein Ofen und auch mein Werkzeugschrank, da war es, was? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie hat es komisch eben, naja, alles klar. Ne, der Ofen, der Ofen, der Ofen, der Ofen, den Ofen setzen wir hier hin und die Werkzeugkiste setzen wir da hin. Ja, und dann haben wir das alles wunderbar. Und ich habe hier, so, passt doch, guck mal, so, dann, ach ja, genau, ich wollte noch, nein, da war es, ich wollte noch ein Oakwood für das Ding hier. Da fällt mir jetzt die Tür natürlich direkt weg, ist klar. Die machen wir aber auch gleich wieder hin und dann ist die auch gleich wieder da. So, dann ist die Tür wieder da. Das ist alles drin. Da machen wir noch die Slappity Slappies rein. Dann sieht das auch ein bisschen flacher aus, halt, ne, so. Und hat ein bisschen mehr Tiefe. So, genau. Das finde ich etwas angenehmer. Es bringt halt ein bisschen mehr Tiefe hier rein. So, alles klar. Gut, gefällt mir. Ja, doch, ist, ist okay. Hier könnte man auch noch Slaps hin, ja, warum nicht? Ja, klar, warum denn nicht? Da bringen wir Slaps hin, hat das hier auch noch so ein Ticken von Tiefe. Ich könnte da auch, äh, Treppen reinbauen. Ja, das würde auch gehen. Wo habe ich die? Hier, diese Firwood Stairs. Das könnte interessant sein. Mal schauen. Äh, nee. Ähm. Au. Nee. Das geht nicht, weil... Ist klar. Ich da keinen... Ja, ich habe da natürlich kein Ding hinter. Ja. Das funktioniert nicht. Ich kann die Dinge aber tauschen. Gegen Stairs von innen. Und dann hätte ich tatsächlich den Effekt... Oh, nee. Das... Nee, nee, nee. Ah, 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 ah. Nee, das lassen wir. Nee, nee, nee. Okay, das lassen wir. Ich mache jetzt folgende, sicher... Äh... Ich muss mal gucken, wie ist das? Ähm... Ach, das ist doch nicht zu fassen. Jetzt habe ich wieder zu wenig davon. Ähm... Ich habe auch kein... Naja, nur solche. Okay. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Doch, es funktioniert. Okay. Es könnte... Interessant... Sein... Ah, das ist doch... Mann... Echt? Noch mehr? Okay. Reicht's jetzt? Ich meine... Irgendwann muss ja mal genug sein. So. Oh, das ist genau die richtige Menge. Wow, wow, wow. Wow. Haie, Bettchen. Uuuh. Da hinten spawnt alles. Uuuuh. Puh. Okay. So. Mal schauen. Doch, das finde ich soweit okay. Ist ganz nice. Ja, ist ganz nice. Doch, ist okay. So, das ist einfach nur so ein kleines Futzelding. Genau, einfach nur so ein kleiner, kleiner Bereich. Mehr nicht. So. Dann muss es aber auch noch ein entsprechendes Tor... Ach. ...geben. Äh, sonst bringt das nix. Hallo? Es gibt ein Tor. Oh, Mann. Ja, es gibt ein Firwood-Tor. Nice. Okay. So, dann kann ich hier nämlich wirklich so eine Art Mini-Garten-Tümpel-Teich, was auch immer, anlegen. Und, äh, na, so, also hier kann man dann irgendwie was machen. Kann man da so ein paar Pflänzchen setzen. Oder auch nicht. Ich kann sie auch direkt da rein. Ich kann das natürlich auch zum Beispiel hier so ein Wasser-Ding hinsetzen. Nehmen wir einen Schlepp. Und, ähm, da kann ich tatsächlich auch ein... Na, nehmen wir gleich zwei mit. Das gibt's doch nicht. Äh, den Wassereimer hab ich. Oh, 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 oh. Äh, nein. Ähm. 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 Weil ich das die ganze Zeit schon sage. Ich hab es nicht. Jetzt hab ich's. Jetzt. Hab ich's. Okay. Und zwar. Ich hätte dann gerne dort einen Eimer Wasser. Äh. Ich glaube, ich werde das da rum machen. Das ist okay. Ja. Ich glaube, ich... ...mach das so da rum. Genau. Dann kann man hier zum Beispiel... Wo hab ich diese komische... ...komische Erde da? Lass mich mal gucken. Wo hab ich denn die jetzt hingeschmissen? Wo hab ich denn jetzt diese Erde hin? Wo ist diese Erde? Richtig Erde. Ähm. Ich möchte erst mal das. Wo ist die Erde? Hier. Gott. So. Ähm. Genau. Das ist dieses komische Korst-Dingszeug. So. Und dann kann ich mir hier zum Beispiel... ...ein paar Pflänzchen anbauen. Die wachsen dann halt... Oh, das ist echt. Die wachsen dann halt da quasi hin. Na toll. Weißt du? Wände. Wenn schon, dann Minimum zwei. So. Okay. So, dann hab ich hier meinen Minigarten. Das ist okay. Alles klar. Minigarten. Ähm. Äh. Ich hab mein... ...mein Ding hier. Das ist auch okay. Ich könnte... ...au. Das mach ich vielleicht. Ähm. Lass mich mal überlegen. Äh. Hier ist ich ja hier. Ich hab da noch einige. Okay. Lass mich mal was überlegen. Und zwar, wenn ich das... ...so... ...und... ...what? So... ...und... ...so. Ja. Why not? Genau. Dann hab ich hier noch ein kleines... ...ein... ...ein... ...ein kleines Ding. Genau. Hupp. So. Dann hab ich hier noch... ...einen netten... ...kleinen... ...Ausgang. Hi. Das ist doch schön. Oh. Man kann nicht. Oh. Oh. Lööö. Ich komm hier. Das ist aber... ...blöd. ...und eigentlich müsste das dann da hinkommen. Äh. Ah. Ich find das aber schon okay. Das ist nice. Nice. Das ist nice. So. Ähm. Wow. Es ist... Es gibt auch kleine Vierfundbäume. Das ist ja... ...trollig. Äh. Okay. Das ist... ...sehr trollig. ...so. Also im Prinzip... ...hab ich jetzt erstmal... ...so weit alles, was ich wollte. Wir haben ein Häuschen. Wir haben es schön gestaltet. Äh. Es hat ein... ...glaube ich recht ansprechendes Dach. Na. So. Und... Ähm. Steht ein bisschen im Wald rum. Es ist größer, als ich dachte. Ich hatte eigentlich eher gedacht, es wird ein bisschen kleiner. Aber nein. Es ist leider so groß geblieben. Das macht aber nix. Ähm. Beim nächsten Mal... Weil ich mach... Ja. Hüpf du mal nur rein. Beim nächsten Mal würde ich nämlich sagen... Ich würde hier gerne, also wie gesagt, so einen kleinen Weg machen. Und hier so eine Art kleinen... Ja. So einen kleinen Steg hinsetzen. Wo man dann halt angeln kann. Na. Und solche Sachen. Da brauchen wir dann ein bisschen Stein für. Also richtigen Stein. Äh. So. So Ziegelsteine halt. Ähm. Ja. Holz haben wir ja genug. Das können wir dann schön da drauf ziehen. Dann bauen wir einen kleinen Steg. Na. So. Dann könnte man da theoretisch dann so ein bisschen angeln. Frühmorgens und so halt. Na. Dann müssen wir noch ein bisschen Deko betreiben. Wir haben ein paar... paar Bäumchen hier so rum, drumrum. Ne. Ähm. So ein paar angenehme, so ein paar bunte Bäume halt. Und ähm. Dann will ich ja... Ja. Weiß ich nicht. Ich fahre eigentlich. Das Ding. Ja. Das muss doch noch ein bisschen zurück. Das muss ein bisschen weichen. Das ist mir noch ein bisschen zu groß. Ähm. Das muss auch noch ein bisschen zurückgearbeitet werden. Damit man hier auch durchlaufen kann. Und dann ist das Ding eigentlich, wie gesagt, fertig. Was ist das da oben? Oh. Ich hab da noch ein... Noch einen... Einen... Einen Dings. Das hab ich auch noch nicht gewusst. Wieso hab ich da noch einen... Einen Erdklotz? Toll. Super. Kann mir ja auch mal jemand sagen. Ne. Dass ich da noch einen Erdklotz hab. So. Okay. Jetzt hab ich keinen Erdklotz mehr. Okay. Ich würd auch gerne ein paar Fruchtbäume haben. Und die sind ja jetzt alle super reif, weil ich ja hier hinten war. Ähm. Hätte ich auch noch gerne. Ein paar Fruchtbäume. Und ansonsten... Finde ich ist okay. Ist ansprechend. Hat was. Ja. Das Haus ist jetzt wirklich viel größer, als ich halt eigentlich gedacht hab. Ich lass auch diesen gewaltigen Baum hier stehen. Der gefällt mir eigentlich. Nur der gefällt mir nicht. Das ist schade, dass ich jetzt hier so ein Futzelbäumchen hab. Aber vielleicht kann ich dann ja eben mal gerade... Äh. Auf die Schnelle so. Mal, äh. What? Doch. Hier. Äh. Einen anderen hinzaubern. Ich mein, wenn du da nicht wachsen willst, dann setz ich dich hier hin. Vielleicht wächst du da dann besser. So. Dann, äh. Ich hoffe, dass der wieder groß wird. Weil ich die eigentlich nicht so schlecht finde. Oh. Jetzt hab ich zwei große von denen. Das ist cool. Das ist cool. Das ist cool. So. Dann... Würde ich in der nächsten Folge vielleicht auch sagen... Tch. Na ja. Okay. Ich hab nur gerade so ein bisschen überlegt. Ähm. Ich würde in der nächsten Folge dann sagen, wie gesagt, also hier, das Steg bauen. Das Haus noch ein bisschen, die Terraforming betreiben hinten dran. Dann, den Garten noch ein bisschen umgestalten. Weil das ist nicht das, was ich haben will. Ich hätte halt so gerne so von allem eins. Ne? So. Das soll ja nur dekorationsmäßig sein. Ich hab ja nicht vor, hier Gartenlandwirtschaft zu betreiben. Denn das machen wir ja da drüben. Also beim Spooky im Rathaus da. Da machen wir ja sowas. Ich will ja hier nur quasi ein bisschen. So. Aber, ähm. Wir brauchen natürlich auch noch einen Weg. Ne? Darüber. Das heißt, wir müssen hier auch noch dann irgendwie anfangen, einen schönen Weg darüber zu hobeln. Und das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen lustig. Dann sollte das Haus natürlich ein bisschen Deko kriegen. Da müssen wir auch mal gucken, was wir da machen. Ähm. Aber das schaffen wir schon. Äh. Es ist schon. Es ist schon cool. Doch. Ich, ich finde das schon. Ich finde das schon ange... Oh. Jetzt hüpfst du wieder raus. Schade. Naja. Gut. Werd glücklich draußen. Ich finde es schon okay. Es hat was. Oh. Mann. Hier fehlen Glasscheiben. Oh. Das, das... Oh. Das geht aber so nicht. Nein. Da fehlen Glasscheiben. Das, äh. Geht ja mal gar nicht. Wie kann denn das sein, dass mir da Glasscheiben fehlen? So. Dann habe ich das hier auch noch. Und, äh. Das. So. Dann kann ich hier noch meine... Das. Wieso habe ich hier... Ach so. Das habe ich mir mal gemacht. Ich verstehe. Okay. Äh. Halt. Hier. Das würde ich gerne nach oben. Würde gerne die beiden Glasscheiben. Das soll ja wohl nicht wahr sein. Ich habe hier Glasscheiben vergessen. Guck mal. Das ist schon cool. Ich finde das echt... Echt. Ist schon interessant. Doch. Ist schön. Ich habe hier die Aussicht. Und wenn da der Steg ist... Ach, das wird herrlich. Das wird herrlich. Da hinten ist natürlich nichts. Das ist klar. Da ist einfach nur diese kleine Höhle. Mit der Beleuchtung ist das gar nicht so schlecht. Das hat was. Das wirkt irgendwie. Ähm. Und hier... Äh. Ist ja dann mehr oder weniger... Dann... Würde ich sagen... Unser Weg. Da können wir dann vielleicht so eine Brücke bauen. Über den... Dings. Und bauen dann so eine Brückchen darüber. Das geht dann da auf die andere Seite. Ah. Das wird schon nett. Das wird schon nett. Doch. Genau so werden wir das tun. Das wird nett. Das wird nice. Ich gehe nochmal eben schlafen. Und dann verabschiede ich mich dann auch gleich für diese Sächen hier. Ähm. Äh. Ewig lange rumgemacht für ein Häuslein bauen. Mit ein bisschen Ausstattung. Äh. Buh. Hätte schneller gehen können. Weiß ich. Aber ähm. Ich weiß nicht. Ich... Pff. Finde... Es kommt nicht wirklich darauf an, ob man schnell irgendwas macht. Dann kann ich es auch schneiden. Und zusammencutten. Und was weiß ich. Das werde ich aber nicht tun. Weil das ist schon so eine Sächen, die... Die läuft halt so. Und dann ist es halt so. Meine Güte. Dann dauert es halt ewig lang. Was soll's denn? Ist doch egal. Äh. Wir haben noch alle Zeit. Na? Also sterben tun wir eh lang. Dann früh genug. Ähm. Oh. Ich guck mal. Hier ist ein Klitsch. Hier. Da. Klitsch. Fackel-Klitsch. Ähm. Nein. Also. Wie gesagt. Äh. Ich mache mir da überhaupt keinen. Hals drum. Äh. Das lassen wir genau so, wie es ist. Vielleicht mache ich hier auch noch ein Mäuerchen hin. Äh. Das lassen wir genau so, wie es ist. In dem gleichen Tempo. Da machen wir überhaupt kein... Kein Thema draus. Ähm. Ich freue mich auf die nächste Session. Äh. Äh. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Ähm. 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 Dann, äh. Bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt. Nicht vergessen. Ähm. Ähm. Zweites Minecraft Let's Play ist Hermit Pack. Ist auch ganz nice. Äh. Äh. Ist halt ein bisschen anders. Ein bisschen Technik und so. Aber ist auch ganz nice. Ähm. 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 Dann, wie gesagt. Bis ähm. Zum nächsten Mal. Und äh. Wir. Hups. Sehen uns. Bye bye. Äh. Äh. Tschüssi. Und äh. Macht's gut. Bis zum... Bis nächstes Mal. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye.